hallo und herzlich willkommen zurück hier bei eurem Wanderer gegen den darzen meister gegen ein anderer smurf natürlich mal wieder mit den mutti bären er ist zurück das comeback des jahres richtig comeback des jahres hallo und herzlich willkommen jedes jahr ein comeback genau jedes jahr kommt es zum comeback wer kommt nächstes ja ich bin wieder da ich hatte wenig zeit verdammt wenig zeit verdammt verdammt wenig zeit also er hat wirklich wenig wenig zeit richtig wenig zeit genau der ist jetzt aus dem welpen alter raus und ja man hat einfach keine zeit wenn man sich ein welpen zulegt einfach keine zeit also macht das bloß nicht mal gleich vorne dicht ne so ich nehme 20 also ich war extra ja ich habe auch schon gleich obwohl eigentlich müsste ich doppelgauge spielen wir haben einen protoss spieler dabei ich habe keine ahnung mehr das ist okay ich habe auch nicht viel ahnung gucken ob es für meister spielerei wahrscheinlich nicht ja der exe terana da kommt eine sonde rein und ich habe natürlich mein gebenecker vergessen sehr schön das ist richtig gut das ist das ist das ist episch ich nehme einfach mal die dritte jetzt noch hierbei weil ne so na gut ich muss jetzt mal wieder rein finden ins spiel also er hat zwar gestern schon mal eine runde gezockt aber irgendwie bin ich da gar nicht drin ich bin glücklich das läuft nicht ich habe so viel mehr da rein ich gehe jetzt exen aber ich muss erst mal stalker bar aber ich muss erst mal stalker bar so und jetzt muss ich exen kommen eh flieger bei der mappe eigentlich wäre das voll sinnvoll da verließ gerade ein uvi warum kriegst du da auf ihn kann ich gleich nachbauen kann sie gleich nachbauen ist immer gut aber er könnte überleben er hat überlebt ich gehe mal vorgucken mein 27 hp hat er noch so jetzt brauche ich meine exe weil der hat er nämlich glaube ich keine exe keine exe nicht gut hier sind kalt ist die leere ich bin hier ich bin hier ich bin hier holl ich nicht mehr rein können auf jeden fall fahrzeuge hier ist zusätzlich naja ich bin ekel im vrotest gegangen passt soweit was ist euer video abgeschlossen Was wollen wir dann tun? Wollen wir dann 2-Best-Push oder? Ja, wir sind wohl wahrscheinlich. Er hatte noch keine Panzer. Dimensionalstrenge abgestimmt. Ah, hier. Ich muss, wir haben DT's Problem wahrscheinlich. Hier oben ist ein War-Prison. Ja, DT's sind bei mir. Und bei dir. Da habe ich kein Motscower. Ich habe gerade kein O-Wallup in der Nähe, den ich morden kann. Ich habe auch gar nichts. Verwissen mein... Ihr benötigt mehr Vespinas. Ich brauche Gas. Die Federportation erfolgreich. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Wo sind sie denn? Bin hier unten? Ja, das hat schon so viel Damage gemacht. Ja, DT's ist halt auch im Ohr liegen. Ihr benötigt mehr Vespinas. Ich bin hier. Teleportation erfolgreich. Dafür hat er keine Exe. Ihr benötigt mehr Vespinas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das können wir jetzt eigentlich im Go versuchen. Da muss ich erstmal Truppen bauen. Ich geh mal gucken, was sie haben. Ich füge mich. So begegnen wir uns. Nein! Wir haben nichts von. Wir könnten nicht n' Go machen. Ja gut, Panzer haben sie. Und Tore. Und Immortals. Was? Was? Ihr benötigt mehr Vespinas. Ich hab so fürs kein Gas, ey. Das hab ich wohl nie dürfen. Können wir noch n' Exe nehmen. Und Pylonen. Ach, man merkt, dass ich lange nicht mehr gezockt habe. Sooo. Ich bin hier mal noch ein bisschen Upgrades nebenbei. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und bauen wir noch ein paar Queens. Wo verbirgt sich der Feind? Ihr Panzer stehen auf jeden Fall schon da. Panzer sind scheiße. Bäh. Ihr benötigt mehr Vespinas. Könnt ja nicht komplett auf Flieger gehen. Ihr benötigt mehr Vespinas. Ich hab kein Gas. Da kommt ein Cycler. Da kommt alles. Oh. Das ist alles. Das ist alles Gas. Das ist alles Gas. Ich hab kein Gas. Ich kann dir hundert geben hier. Da kommt ein Cycler. Da kommt alles. Oh. Oh. Zeit für den Kampf. Alles was wir haben. Wir haben nicht viel. Jetzt sind die Panzer drauf. T ist dabei. T ist dabei. Voll. Nicht mehr lange. Hast du noch Truppen? Ja, ich komm jetzt so. Die paar Tore kriegen wir schon weg. Die sind ja auch nicht billig Tore. Die kosten noch. Ob nicht. Das war richtig teuer für die. Oh ja, hab ich nicht gemeint. Warum nicht? Ja. Das haben wir. Das haben wir. Heidrat kommen. Aber erst mal noch mehr Overlords. Nehmen wir auf ihn mit der Exe an. Ja, dann muss ich jetzt mal die Rocks frei machen. Dann ist mir das zu gefährlich. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Wenn du da bist, ne? Naja. Dann gescannt. Jetzt kommen sie. Tore. Ohne Panzer. Eure Sonden werden angegriffen. Harder in. Das ist das Tor. Oh. die sollten wir gut abräumen können oder? die Tore wenigstens noch? naja die Tore sind jetzt auch gar nicht ohne, oder? nee, machen ordentlich Splash Damage oh, jetzt kommen noch Drops hinten rein, müssen aufpassen, die droppen jetzt unsere kompletten Ecolines mit Charge-Bersen, ey ja, das ist wohl vorbei die Tore sind einfach nur zu hart und der Anfrau, guck mal, der hat schon 3 Upgrades, ne? 3 1 2 ja, ich seh's noch die T's drin dagegen, hier habe ich jetzt nichts mehr die haben ja alle meine Oberlohrz weggeräumt ja, welche Mofen aber ich finde gerade meine Echo ja, die 3 Upgrade, das ist so krank das ist vorbei die Basis, Eure Verbündeten, wird belagert Eure Verbündeten, befinden sich im Kampf die Mütische Matrix, Okunose und Angriff das ist vorbei Alter, was haben die denn für mittlerweile für Anti-Luft die Tore sind noch an die Bucht ja, die sind übelst hart geworden ja, die sind übelst hart geworden gg, da kann man rausgehen ist schade ja, ich habe auch eine Liste gespielt ja, nach langer Zeit mal wieder ja, nach langer Zeit mal wieder und okay ja, dir eins, doch okay für dir eins reicht's immer noch also dann, bis zur nächsten Folge bis dahin, tschüss 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 achso, es kommt jetzt immer anders vielleicht ne, ihr kriegt jetzt beide Seiten zu sehen mit einmal ja, genau, genau ihr könnt euch dann aussuchen, was ihr anguckt oder guckt beides an, wäre noch besser ja und Abo nicht vergessen, danke, tschau 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 bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal